Willkommen zurück zu Metroid 2 Beim letzten Mal haben wir unter anderem ein Icebeam erhalten und ich finde immer wenn du in Metroid ein Icebeam erhältst ist es schon so ein bisschen wie Endwaffe Leider ist das jetzt hier nicht der Fall weil wir haben noch einiges an Metroid vor uns wie gerade erst angefangen mit dem Spiel und demzufolge müssen wir mal gucken wo wir jetzt hin müssen Ich denke mal auf der rechten Seite von hier aus gesehen die Map müssen wir glaube ich nicht mehr hin Da war nämlich nichts mehr groß was sich jetzt durch irgendwelche Mechanismen hat geöffnet Wir hatten ja jetzt auch noch kein zweites Erdbeam oder sowas Aber ja Wir finden schon noch irgendwie glaube ich einen Weg wo wir dann irgendwie vielleicht hin können unter Umständen Mal gucken, ich muss ja immer auch ziehen so hin dass ich hier an Leben komme Das ist leichter gesagt als getan Insbesondere wenn ich hier so verkacke Aber Ich nehme mal hier den hier als Lebensquelle Fahren wir mich hier ein bisschen hoch Weil Wer weiß was ich hier gleich alles begegne Wie jetzt will der keiner mehr? Muss man nicht verstehen ne? Und denkste Und denkste es ist hier eine von diesen Stellen wo du halt Unendlichfach Leben kriegen kannst? Pussekuchen Vielleicht nicht jetzt? Nein? Muss ich raus und rein damit ich hier nochmal Leben an dem Ding sammeln kann? Das klappt Okay Ich will nur so ein bisschen Weißt du? Also anscheinend gibt es hier tatsächlich ein Maximallimit an Gegnern die dann irgendwie mal da raus kommen Äußerst ungewöhnlich wie ich finde Das kenne ich so nicht von anderen Metroid Spielen Da gibt es dann immer so diese typische Stelle wo immer wieder selbe Gegner unendlich voraus kommt Dass du halt da Zeug sammeln kannst und so Aber diese hier sind anscheinend nicht die richtigen Gegner oder nicht die richtige Stelle oder keine Ahnung was Bitte warten Einmal den Energietank noch voll machen Dieses Soundgeräusch eben Ich glaube das soll bedeuten Hey da kommt nichts mehr oder so Ich habe keine Ahnung Wir haben auch bald voll Dann können wir da erstmal links weiter und mal gucken wo wir da irgendwie noch hinkommen Ich glaube es gab da irgendeine Stelle wo wir nur mit der Bombe halt dann durch können Muss ich mal gucken Ja anders als auch in anderen Metroid Spielen Füllen hier die Speicherpunkte auch nicht wieder auf mit Leben und Waffen Und gehen wir jetzt einfach mal weiter Ich glaube jetzt haben wir einmal genug dass ich jetzt hier wie sofort sterbe vielleicht War das hier? Ich glaube ja Ach Kacke Ich habe ja gesagt Da ist so eine Metroid Hülle Hier ist so eine Bombenstelle Hier ist so eine Bombenstelle Hier ist so eine Bombenstelle Okay Was für einen Sinn hat denn diese Stelle bitte? Hier kann ich ja nicht mal irgendeinen Gegner umgehen oder sowas Das ist ja Oh das ist ein Bug Hat niemand daran gedacht das zuzumachen Ich habe keine Ahnung was das für einen Sinn hat diese Stelle Überhaupt nicht Jetzt mir ein Rätsel Hallo 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 bewegt dich Hier komm Bombe rein Irgendwie ne Wenn ich hier mit dem Spiderball an irgendwelchen Ecken hänge Das ist vorbei Nein Nein Bleib doch hier Geht doch Geht nicht Hier wird nicht So Weg nach der Mücke Hier noch den Sand Gehts hier vielleicht irgendwie ganz normal nach oben Für Super Duper Secret Ich habe keine Ahnung Ich wäre ja prädestiniert dafür Aber nein Da oben ist einfach nur eine Decke Aber dann nochmal Sicherheitshalber gucken Aber nein Alter Geh weg Okay und es ist anscheinend auch nicht so viel Saftladen Da denkst du hier kann man irgendwie voll toll Secret verstecken und so Hustekuchen Na dann halt nicht So Ähm Falls man da was hören sollte im Hintergrund Das ist ein Nachbar der Ähm Irgendwie seine Wohnung auseinander nimmt oder so Ich weiß es nicht Vielleicht Macht er auch ganz viele andere tolle Dinge Auf jeden Fall macht er den ganzen Tag Krach und Lärm und Bord Also wenn hier auch noch Baugeräusche kommen weiß ich Bescheid So Ist hier irgendwas Keine Gegner umgehen Toll Wir kommen hier einfach so rum Ja und verpassen unten jede Menge Sequence und so Also muss ich nicht gegen Gegner kämpfen Wir gucken mal was die Sonne noch so ist Ich denke mal da unten würde ich Schaden kriegen oder? Probier es mal Ja Okay Man muss ja sowas ausprobieren Wenn man halt sonst mal irgendwie ein Speedrun von Spiel gesehen hat Sieht man eigentlich nicht wie halt Leute einfach mal da Da runter gehen Damit ich halt für die Zukunft Gewappnet bin wenn ich wieder so eine Textur sehen sollte So So hier Büsche Nennen wir es Büsche So Okay So Und jetzt Boah Oah Oh 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 o Das Ding kommt Ich kann ja auch nicht diagonal schießen Ist ja Ist ja verboten im Spiel hier so gefühlt So Okay Aber das verbracht würde ich sagen Nicht schön aber selten Geh mal, wo du wohnst, ja. Brauche mal ein bisschen Leben, aber nicht Leben geben, Leben nehmen. Das war hier der zahlreiche Gegner, von dem ich ein bisschen Leben kriegen kann. Wäre zumindest ganz schön, ne? Warte, hier geht's auch noch lang. Hätte ich eben noch gar nicht gesehen, glaube ich, oder halt nicht wahrgenommen. Kacke. Weg! Gib mir all dein Leben, aber geh weg! So. Weg jetzt rechts, weg jetzt sechs, weg immer rechts. Ok. Und jetzt hier ein, dass andere fliegende Vieh, wofür hier die Hülle ist. Da ist es. Kannst gerne stehen bleiben. Ich treffe nämlich eh nicht. Okay, anscheinend sind die auch erst treffbar, wenn halt die Musik dafür losgeht. Oh, die hat er mich nicht getrunken. Das ist doch schön. So, ist hier noch was? Ne. Na dann halt nicht. Okay. Yay, wieder eine neue Mücke. So. Was haben wir denn hier? Sieht ähnlich aus wie der Raum von eben. Einmal ganz viel nichts. Ist hier oben irgendwas? Einmal wie ich mich nicht bewegen kann, das ist toll. Ecken versteht das Ding halt nicht. Okay. Uh, diesmal haben wir aber die beiden halt gut hingekriegt, ne? Meine Verhältnisse. Aber. Ah, okay. Jetzt ist ein Airbam. Das heißt, wir können da weiter, wo diese konisch stacheligen Fische da waren, die rumgeklettert sind. Ich glaube, da war auch noch irgendwo Lava. Okay. Das heißt, wir müssen halt jetzt wieder einen ganzen Weg zurück. Ich glaube, das Spiel besteht sehr viel aus Backtracking. Ich habe das Gefühl, es wirkt halt weniger danach halt ein Metroidvania in der Art zu sein. Sondern mehr wie ein... Ja, wir geben dir halt alles. Das ist bis dahin linear. Dann geben wir den nächsten Abschnitt. Und dann ist wieder alles linear. Mehr oder weniger. Du musst halt ein bisschen deine Metroids suchen. Aber sonst ist alles okay. Also das ist es halt, ne? Du musst halt anscheinend wirklich deine ganzen Metroids immer suchen. Damit du halt irgendwie hier vorankommen kannst und so. Oh, Moment. So. Da war einmal ganz kurz die Post. Da musste ich einmal kurz die Tür öffnen. Passiert ja nun wieder. So. Ähm, ja. So. So geht doch noch bitte hoch. Oder so. Wir natürlich auch. Okay. Okay. Ja. Ich bin hier... Heute irgendwie... Ich weiß auch nicht. Ich komme nicht... Zorro. Okay. Ich kann nicht in der Luft halt einfach... Nee. Was soll ich denn da hochkommen? Okay. Ich kann so hier hoch. Okay. Also zum einen hier mein Nachbar die ganze Zeit hier am rumbohren, rumhämmern ist. Dann noch die Post. Da unten ist irgendwas. Ich glaube, das ist hier dieses... Dies... Leben... Auffüllungsding. Wie... 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 Warum? Vielleicht so? Ja. Ich lebe da am falschen Boden. Hey, ich habe Leben. Hey, kann ich hier auch wieder raus? Ich komme hier auch wieder raus. Hey, hey, hey. Das ist doch mal schön. So. Dann aufzünden, Stacheligen fischen. Das dauert es. Wir waren nicht hier. Wir waren diese Stachelwelle. Aua. Soll ich mich nicht treffen. Penner. Drecksack. Elendiger. Lauf, 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 lauf. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Das ist es halt immer, ne? Wenn man immer keine Ahnung hat, wo man hier eigentlich langläuft, dann hat man aber auch wirklich keine Ahnung. Okay. Ja, hier sind noch mehr Stachelwelle. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich hier richtig bin. Aua. Aua. Alter. Alter. Okay. Oh, ich glaube, hier war auch Lava vor, ne? Kann das sein? Irgendwelche Lava-Fützen oder so. Ich hoffe, wenn ich dann labbe ich ja jetzt Bullshit. Hey. Du sollst mich nicht auffangen, damit ich noch mehr Schaden kriege. So, dann ist es fast voll. Trotz dessen, als wir so für Schaden kriegen. Oh, Musik, hey, statt dieses... Ich meinte, ich mag zwar Chip-Tune. Gar keine Frage. Aber dennoch mag ich lieber Chip-Tune-Musik als Chip-Tune. Sonst, im Fakt. Ich glaube, hier war jede Menge Lava. Das heißt, jetzt kommen wir hier tatsächlich in neue Gefilde, ja? Ob das gut ist oder schlecht, das hat man da hingestellt. Aber wir kommen hier weiter. Na, also wer jetzt glaubt, das Spiel ist unübersichtlich, hat durchaus recht. Das mag aber halt auch dann dadurch kommen, dass wir einfach keine Map haben, um uns zu orientieren. Warte, ging es da irgendwo lang? Nein. Ah, toll. So. Dann hast du hier diese großen Bereiche, in denen wirklich nichts ist. Also da hattest du, ne? Oder grundsätzlich hast du bei anderen Metroid-Spielen immer dann so einen relativ kurzen Bereich, der halt so lang gestrickt ist. Oh, da hast du immer links und rechts und überall was zu gucken und ein bisschen überlegen, ja, wo gehe ich jetzt eigentlich lang und so. Also da ist es wieder die Lava. Das heißt, hier geht es wahrscheinlich dann weiter, wenn das dritte Erdbeben ist. Da ist eine Metroid-Schale. Geh weg. So. Wieder keine Musik? Wieder keine Musik. Kommt hier immer keine Musik, wenn wir uns in einem Metroid-Abschnitt befinden? Was sind denn das jetzt für Geräusche? Gibt es hier Weltraummäuse, die hier diese Geräusche machen? Jo, keine Ahnung. Oh, darum sind Dacheln. Nicht gegenspringen. Hat Vorteile. Ähm. Einfach mal unten durchrollen. Stört ja niemanden, ne? Wahrscheinlich kann man auch ganz gezielt ganz toll dazwischen springen oder so einen Dreck. Nur ich mit meinen Sprungkünsten manchmal, äh, naja, hat jetzt gegen mir geklappt. So. Da ist wieder so ein Metroid, okay. Guten Tag. Äh, falsche Richtung. Puh, so langsam habe ich den Dreh raus mit den Viechern. Oh, nur so langsam. Okay. Was bist du? Tut das, bevor es Eier legt? Komm ich irgendwie hoch? Darum sieht es so aus, als könnte man dann drauf stehen. Aber wahrscheinlich nicht mit meinen Fähigkeiten gerade. Oh, hier vielleicht. Hm, mal gucken. Vielleicht lässt sich ja hier irgendwo etwas ganz Tolles entdecken. Ähm. Es ist tatsächlich so gewollt, dass man hier lang gehen kann. Sonst wäre hier kein Gegner. Die Frage ist halt nur, was und wie und wieso ist halt warum und so. Und eigentlich könnte auch mal wieder ein Speicherpunkt kommen, oder? Oder ich bin da jetzt gerade vorbeigerannt, weil ich jetzt hier noch... ...nach... ...nach... ...oben gegangen bin. ...nach... ...ähm, ich kann mich nicht bewegen. Warum? Wieder. Alter! Jetzt. Keine Ahnung, was das gerade für ein Fehler war. Okay, ein bisschen Container. Nehme ich gerne. Warum nicht? Wo willst du denn noch hier hin? Okay, dann stacheln. Dann kann ich da wohl nicht lang. Okay. Okay, aber wir haben ein bisschen Container mehr in unserem Repertoire. Kann ja mal gut werden. Hoffe ich. Glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Und dahinter waren irgendwie Schläuche oder irgendwie sowas. Müssen wir mal gucken, wieso, was halt warum... Ah! Tipp, nicht auf den Gegner fallen! Ja. So, und da haben wir auch wieder einen Speicherpunkt. Das, was ich sagte. Okay. Wollen wir mal gucken. Einen Speicherpunkt speichern auf jeden Fall! Ja, 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 ja. Wie Sie sehen, sehen Sie Wasser. Da, und da haben wir diesen Schlauch oder Rohr oder keine Ahnung was, das wir eben von da oben gesehen haben. Scheint ja irgendwie hier runter zu gehen. Nachher kann man da noch im Morph Ball irgendwie irgendwo hin und runter und keine Ahnung was. So fahrstuhlmäßig. Guten Tag. Hallo. Alter, bist du nervig. Lass mich ran. Von denen gibt es jetzt hier 5000 Minuten Rücksichtstock, ja? Gehen die kaputt? Oder sind die nur nervig? Die sind anscheinend nur nervig. Na, das kann ja lustig werden. Wasser ist nicht schädlich für die Gesundheit. Kaufen Sie jetzt auch Wasser. Wir haben hier noch einen Speicherpunkt. Warum haben wir jetzt hier noch einen Speicherpunkt? So knapp hintereinander. Ich hab keine Ahnung. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Metroid 2, wenn wir dann versuchen, nicht zu sterben. Wir lassen uns wahrscheinlich bei einem Versuch. Aber hey, mal gucken. Bis dahin. Viel Spaß noch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.